Freunde, was geht ab, was geht ab? Ihr wisst alle mein Traumberuf, was immer aufgesört zu werden. Deswegen ganz kurz, dieses Video ist gesponsert von Manscaped.com. Übrigens, für alle, die nicht wissen, was Manscaped ist, das ist eine internationale Marke, eine Lifestyle-Marke, Jordan. Weißt du, was sie damit machen? Das ist gut für den Bart. Du hast leider noch keinen Bart, aber ich hab einen Bart, deswegen für mich ist das gut. Und für den Intimbereich haben die auch geile Produkte, Freunde. Deswegen holt euch alle unbedingte Bart-Headler-Pro-Kit von Manscaped. Freunde, das Ding, das hat 200 umdringend Punkte. Ja! Geh mal! Oh, tischig, Jörg. Was ist noch geiles, Jordan? Nein, freut mich nicht. Ich sag's dir jetzt, ich sag's dir jetzt. Das Ding hat 20 verschiedene Aufsätze. Boah! Ja! Niemals! Wach! Zeig mal! Freunde, wirklich, checkt das ab. Ihr habt auch 20 Prozent, weil der Onkel Jordan hat geklärt von meinem Vater. Der Coach steht hier oben. Müller, kriegt ihr 20 Prozent, Freunde, supportet uns. Das ist uns echt wichtig. Danke, danke, danke. Ihr wisst, wir machen nie Kooperation. Aber mein Traumberuf, Friseur, geht bald in Erfüllung. Danke, Mirke. Sichert euch das jetzt, Freunde. Und schaut das Video. Viel Spaß. Übrigens, ist es wasserdicht und kabellos. Mom, lass so, Bruder. Ich wollte einfach meine Show machen, ja. Freunde, viel Spaß mit dem Video jetzt. Ich bin nervös, ich schwöre, ich bin nervös. Also, mir geht's sehr gut. Ich hab sehr gute Laune. Weil heute ist eigentlich für Jordan dran, der geknallt wird. Ah, Bruder, so tanzt du auch wenig in Libanon, Juni, ja. Ah, mein ganzer Rücken, Bruder, ja. Wisst ihr, was wir heute machen? Heute machen wir eine Plage in diesem Raum. Weißt du, was das bedeutet? Oh mein Gott. Ihr wisst ja, ich weiß nicht, ob ihr im letzten Stream dabei wart, wo ich Jordan bei What's in my Box diese Heuschrecken reingetan hab, ne? Und er hat ja richtig Angst vor diesen Viechern. Was hab ich gemacht? Ich hab meinen Kopf angestrengt. Ich hab gesagt, Jordan, komm, was wir uns besorgen. Wir haben sieben Packungen geholt. Oh mein Gott. Heuschrecken. Die sind grad nicht hier drin. Aber, ich hab nicht so einfach was rausgefahren. Jordan bekommt gleich den Schuss auf seinen Kopf. Ich mach die gleich zu und auf. Du kannst dich nicht bewegen da drin. Also, wenn du dich bewegst, kommen die hier rein. Ne? Und dann schütte ich alle auf seinen Kopf. Habt ihr Bock drauf, Freunde? Ja, auf jeden Fall. Ah, Tischeke. Oh mein Gott. Niemals. So. Ey, du bist am Arsch gleich. Ich schwör auf alles. Aber weißt du, ich feier das. Oh mein Gott. Nicht, dass da einer... Was war das? Ist da hinten hingesprungen? Schwör? Oh mein Gott. Warte, Bro. Ey, ich hab selber��... Oh mein Gott! Warte, man. I like the movement movement, ja? Oder halt das richtig fest. Was mach ich denn gerade, Junge? Warte, schick. Die sieben räuber, ja. What the fuck, Alter. 7, 6, 4. Oh mein Gott, shit, ja. Oh, der Hände, ne. Bisschen, bitte, bitte. Halt doch mal die Klappe, ja? Help, Bruder. Ich hab Angst, die TTY. Ey, das wird... John, pass auf! John, pass auf! Aaaah! Sammy! Sammy! Sammy, bleib das fest! Wie soll ich das? Bleib das fest! Bleib das fest! Ich mach das nicht mehr, Mann! Mach kurz leise. Wenn die in meinem Kopf sind, was soll ich machen, Bruder? Mach einfach deinen Mund auf. Du kannst doch mal was Ernstes sagen, ja. Dann knabbert die so. Ey, ich hab Bock drauf. Warum mach ich das eigentlich? Das ist deine Angst. Ey, guck mal, wir machen das so, Freunde. Guck mal, wir haben hier einfach die Box. John, hör mal zu. Oh mein Gott, ja. Ey, ich feier das, ne? Das tun wir auf den Schädel. Wir machen hier zu, dass die nicht rausfallen können. Das heißt, du kannst doch nicht einfach abziehen. Du bist da drin gefangen, ne? Ey, an Twitch und TikTok kann gar nichts passieren, ja? Warte mal! Warte mal, ich warte, Junge. Oh mein Gott. Okay, warte. Oh mein Gott. Ich kriege ja. Ich brauche noch ein T-Shit. Leon, danke dir. Oh mein Gott, warum bin ich so ein Mist, ja? Gib mir mal Taschentücher für meine Nase, nicht, dass sie in meine Nase kommen. Ja, was denn? Bah! Bah! Ah! Ey, was war das? Ey, bring da bisschen Taschentücher. Ja, hier, hier, hier. Oh mein Gott, ja. Ich werd das niemals können. Ey, du bist, du bist so am Arsch. Ey, Freunde von TikTok, kommt alle rüber auf Twitch. Jordan und Toschke, Samy. Au! Auf you go. Na, 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 na. Oh, come on! Ah! Ah! Was denn? Ah! Der rupt ja! Das war aus Versehen! Ah, Junge. Das war aus Versehen! Ey, die können dein Gehör abknappen! Was machst du denn? Die können dein Gehör abknappen! Was sagt der? Was für mein Gehör? Was für Gehör? Ey, was mach ich denn gar nicht? Mach zu! Richtig durchdacht, die Geschichte. Hier ist nichts durchdacht, ja? Ich geh es gar nicht durchdacht. Hier ist gar nichts durchdacht. Hier ist gar nichts durchdacht. Einfach machen! Ey, wie krieg ich das auf, ja? Was weiß ich? Warte! Nein, ey! Das fällt nicht runter. Okay, let's go, let's go! Come on! Oh Gott! 5, 4, 3, 2, 1, go! Geh! Rutsch! Mach zu! Mach zu! Ey! Mach zu! Mach doch zu! Warte doch mal! Mach zu! Ja, nicht bewegen! Nicht bewegen! Ha 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 ha! Hofs! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Warte! Oh my God, John, nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Zit dich in! Zit dich in! Oh my God! Oh my God! Nein! Warte, bleh! Nein! Wilan, Wilan! Ah, Wilan! Wilan! Warte! Bei einer Ege der U11-01. ��다! Nein! Nein! Bitte nicht, schon! Nein! Nein! Bitch! Nein! Jordan! Oh mein Gott! Nein! 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 Aaaaaaaaaaa! Warte weg! Warte weg! Warte weg! Warte weg! Warte weg! Was soll ich denn wegmachen? Die liegen alle hier! Du bist doch ein Idiot, Bruder! Was machen wir jetzt? Warte, mach mal die Tür! Warte, mach mal die Tür! Warte, mach mal die Tür! Die ganze Bulli ist hier voll auf die überall rum, Bruder. Er sagt, what the fuck, du Idiot. What the fuck? Er macht doch Deckel auf, so scheißdorfmäßig. Ja, Bruder, ey, hilf mir nicht, ich hab's immer schüttgerun gesagt. Warum hast du schüttgerun gesagt? Bruder, wie sollen wir diese Scheiße jetzt hier gerade bieten? Ah, Quack! Oh mein Gott, nein, das hast du nicht getan. Das hast du nicht getan, Bruder, ne? Ey, bitte schütt, schütt, schütt. Hallo, mein Name ist Thomas Müller. Ja, sollen wir Freunde sein? Hallo. Ich will auf gar keinen Fall mit dir Freunde sein, ja? Du bist ein Problemkind. Hallo. Boah, was machen wir jetzt, ja? Ich weiß nicht. Oder du hast... Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal, da, unter unseren scheiß Stühlen, ja? Der ist vor meinen Füßen, ja? Was machen wir, ich will schon mit dir... Ey, ich hab ne Idee. Was für ne Idee? Oh mein Gott! Ey! 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 Ey, ich spiss mit dir auf. Ey! Ey, Jungs, hör doch auf, der! Was denn? Er sagt, hör auf, das ist alle seine Schuld. Wo sind die? Ich seh die nicht. Weißt du, was Geiles ist? Du hilfst mir nicht mal, wie? Du siehst die nicht. Boah, ich fass die in mein Leben nicht an, Bruder. Ja, Samy muss wieder machen. Wie soll ich das denn machen, Bruder? Wie, wie soll ich das denn machen, Bruder? Wie soll ich das denn machen, Bruder? Hör doch mal, komm jetzt rein! Hallo? Ah! Ey, Bruder! Ey, nein! Ey, 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 ey! Alles ist gut! Alles ist gut! Ich schwöre, alles ist gut! Einmal. Ja Gott, das ist doch... Ey, ey! Guck mal mein Dings! Guck mal mein Dings! Ey! Du mag mein Dings, Chat! Chat! Ich bin im falschen Film. Chat! Ey, was ist das denn? Was ist denn? Was ist denn? Mach das weg, Sammy! Mach das weg, Sammy! Mach das weg, Bruder! Wie soll ich das wegmachen? Wie denn? Mach das schnell weg! Mach das schnell weg! Mach das weg, Bruder! Ich mach das weg, warte! Geh rein! Geh rein! Chill! Chill, chill, chill! Ey, Sammy! Lass nicht los! Lass nicht los! Dann lass auch nicht los! Warum ist das Schnürsäcke so lang? Ey, pack mal noch mal den Tippett hier! Ich kann das nicht mehr! Mach die Scheiße! Oh, okay! Mach das weg, ich bewege mich nicht mehr! Mach das weg! Hier sind 50 Fische auf dem Boden! Wie soll ich das wegmachen? Mach den weg! Mach den weg! Mach den weg! Ich mach den jetzt weg! Okay, der ist jetzt da drin! Der ist da drin! Oh mein Gott, what the fuck! What the fuck, Shit! Wie sollen wir das gerade biegen, ja? Wie sollen wir das gerade biegen? John, wie soll... Mach Licht aus, dann bewegen die sich nicht, sagt der! Licht aus, dann bewegen die sich nicht, sagt der! Licht aus, dann bewegen die sich nicht! Ja, dann seh ich die auch nicht mehr! Ey, Bruder, ich hab Heuschreckenkacke in meinem Dings, ja! Bruder, das ist keine gute Idee gewesen! Ey, Bruder, die sind am Setup! Ich schwöre, guck mal da, wo das Dings ist! Kim Mulski hat gerade, aber nicht jetzt! Gib mir einfach ne Papahute her! Bruder, was soll ich da machen? Soll ich da schlafen? Weißt du, was das für ne... Das ist die Klasophomie, Bruder! Du hörst an deinen Ohren! Bruder, das ist... Chill doch mal! Das ist rausgefallen! Die waren an meinem Gesicht, alles, und ich konnte nicht reden, Bruder! Wenn ich meinen Mund aufmache, ist fast einer reingegangen, ne? Ich will dir das nur mal für das Replay erklären! Also, wenn ich jetzt einen Heuschreck gefangen krieg ich 10 Euro! What?! Okay, chill! Chill! Mach schnell Deo, mach schnell Deo, ja? Mach schnell Deo! Warte doch, warte doch! Warte, warte! Warte, warte! Das ist doch wieder eine... Okay! 1... 3... Nicht meine... 1... Jetzt warte 10 Sekunden! Schönen guten Abend! Ich hab mal ne Frage, und zwar... Ich hab ne Schlange und dafür hab ich ein paar Heuschrecken. Ich hatte so ein kleines Lager von ungefähr 10 Packungen. Das waren insgesamt 100 Heuschrecken. Problem ist jetzt meine Frau, die kam rein, hat den Schrank umgehauen. Alle 100 Heuschrecken sind jetzt auf dem Boden gekippt. Ich wollte mal fragen, legen die Eier? Kann ich ihnen wirklich nicht sagen. Also, das weiß ich nicht. Okay, rufe ich bei Pizzeria oder am Kameraden? Nein, nein, Sie sind hier richtig. Ich bin nur für den Homeoffice-Bereich. Also, ich kann ihnen einen Schädlingsbekämpfer. Da könnte ich ihnen einen Termin machen, aber was anderes kann ich nicht. Okay, okay. Kennen Sie Thomas Müller? Ja. Ja, weil das ist nämlich mein Vater und der weiße, deswegen vielleicht hab ich ein bisschen Priorität, wenn Sie mal schnell irgendwie einen Kollegen anrufen könnten. Es wär supergut. Natürlich, das machen wir. Ganz klar. Ich bedanke mich. Kann ich Ihnen noch weiter sehr hilflich sein? Was kann man jetzt am besten machen? Wie krieg ich die Heuschrecken jetzt am besten zusammen? Wie schon gesagt, ich bin kein Schädlingsbekämpfer. Ich bin nur für die Zentrale zuständig, um einen Termin zu machen. Auch wenn Sie der Sohn von Thomas Müller sind. Okay, okay. Okay, dann bedanke ich mich erstmal. Meine Frau hat gesagt, Staubsauger. Soll ich den Staubsauger sagen ja oder soll ich sie rausschmeißen, meine Frau? Ich weiß jetzt auch nicht, was die da sagt. Bruder, mach doch einfach einen scheiß Termin jetzt, Alter. Was redest du? Wie ein Termin? Bis ich einen Termin hab, ist die Heuschrecken weg. Schatz! Pack den Staubsauger zur Seite! Achtung! Schatz! 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 Schatz, pack den Staubsauger zur Seite, hat der Kammerjäger gesagt! Mein Gott, du Hempelssohn, Alter. Bin ich hier in der Psychiatrie oder beim Kammerjäger? Ich gucke dir das alles. Mein Gott. Okay, ich bedanke mich, ne? Dankeschön. Ich gucke euch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Fack, ja, wir haben Heuschrecken hier. Ja, und das ist meine Nummer wieder. Ja, porra Van its chfik de note nur ja! Ja, Tomas, porra. shit! Sungau, ja, bitte! Das ist...